ja herzlich willkommen zu meinen 300 abonnenten special ja diesmal aus dem auto ja ich dachte mir war mal ein bisschen durch die gegend zeig ein bisschen davon nehme ich euch mal ein bisschen mit auf die fahrt von mir ja herzlichen dank für 300 abonnenten ich hoffe man versteht mich denn ich habe es noch nie ausprobiert irgendwie vorher also die 300 abonnenten war mein hauptziel dieses jahres hier schön dass ich mein jahres hier schon erreicht habe mal schauen hoffentlich schaffe ich noch die 350 abonnenten oder 400 abonnenten in diesem jahr mal schauen und ja es regnet tolles wetter sehr schön ja ich bin gerade kam gerade von der arbeit haben arbeitskollegen nach hause gebracht dachte ich mal mache ich mal 300 abonnenten special ich habe mir schon tatsächlich überlegt was ich mache und da dachte ich mir ja fahr ich mal durch die gegend könnt gerne in die kommentare schreiben ob man mich versteht hoffe ich mal öfters solche videos machen soll schreibt gerne mal in die kommentare aber ist klar ich muss mich auch auf den verkehr konzentrieren ja eigentlich gibt es weiter mehr nichts zu sagen außer danke für 300 abonnenten wirklich klasse mehr habe ich jetzt eigentlich nichts zu sagen außer halt danke für 300 abonnenten ich fahr noch ein bisschen durch die gegend und ja dann würde ich sagen beende ich das video es soll nur so ein kleines dankeschön video sein nichts wildes von daher das war es sehr angenehm Joy wenn ich danke Laschet noch nie das war ich operation wir Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann beende ich das Video, ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen Und ja, bis zum nächsten Video und Tschüss!